Hallo und herzlich willkommen zu DAP's Goldguide. Ich habe mir eben von meinem sozusagen Bankchar Metz gekauft. Und die habe ich für 80 Gold gekauft. Diese Sachen hier. Ionerde, Sonnenkristall, 42 Stück und hier von 10. Die haben 80 Gold gekostet. Ich kann euch auch gerne die Preise nachher zeigen. Ich habe es wirklich für 80 Gold gekauft. Ihr könnt mir glauben. Ich habe es aufgeschrieben. So, was wir jetzt machen. Ihr braucht auf jeden Fall für meinen Goldguide einen Juwelier. Ob ihr das selber seid oder nicht, ist nicht so wichtig. Und ihr müsst am besten vollgeskillt sein. Dann entpackt ihr mal die ganze Ionerde hier zu kristallisierte Erde. Und macht Sonnenfelsring. Okay, das ist einfach rein. Okay, das ist einfach rein. Und das ist einfach rein. Und dann stimmt also. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm, 80 Gold für Metz ausgegeben und hatte 3 Gold auf diesem Char. Das macht einen Profit von 72 Gold nur fürs Herstellen. Das finde ich echt viel. 72 Gold nur für gekauft und AFK und hergestellt. Also das ist ja nix. Und schauen wir mal wie viel... Ah nein. Ich bedanke mich für alle Zuschauer, falls ihr irgendwelche Goldtricks habt oder irgendwelche Fragen dazu habt. Einfach Fragen, ich beantworte alles und bedanke mich. Tschüsschen.